da sind wir wieder meine freunde und wir konnten hier immer noch diese abgefuckte was auch immer das ist was macht er denn das ist so aufregend so What the fuck ist das hier? Ist das hier ein Fiebertrauma? What the fuck? Komm schon Leute, kommt aus ihrer verdammten Stecke raus. Hmm. Hey das ist echt gar nicht einfach muss ich sagen Leute. Also da habe ich jetzt mich in was reingebrockt hier. Okay. Na komm, was ist hier drin? Okay, jetzt müssen wir was zu essen, das ist nice. Ich weiß langsam nicht mehr über den ganzen Staffel. Irgendwie ist zu viel. Hey das ist riesig. Einfach. Ist der alleine? Okay, okay. Da vorne läuft wieder eine Truhe. Okay, okay. Da vorne läuft wieder eine Truhe. Okay, der ist echt sehr dämlich. Ich glaube den kann da eigentlich rauslaufen. Aber macht da einfach nicht. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder spawnen. Weil dann habe ich ein gewaltiges Problem. Weil hinter mir von einmal eine Horde an diesen Dingern rumsteht. Okay, hier war nichts. Okay, der macht einfach einen Enderman Spaziergang. Ganz entspannt hier. Alter, das ist echt, sieht echt geil übel aus hier. Ah, hier ist die nächste Truhe. Eine Schmiedevorlage, okay. Ich muss sagen, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe nur gehört, man kann dann mit ihre... Schreibt es mal in die kommbare Schmiedevorlage. Dann kann man die... Wie sage ich jetzt? Seine Rüstung irgendwie so... Einen speziellen Touch geben. War das nicht das für die Schmiedevorlage? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare bitte. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich gerade sehr ruhig bin. Aber ich bin einfach nur... Hassungslos, was ich hier gefunden habe. Das ist einfach nur krank. Ich habe es auch so nie gesehen. So ein Monument. Und... Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ist einfach nur Scheiße drin. Okay. Na gut, die können wir austauschen. Machen wir so. Ist hier noch eine Truhe irgendwo auf der Ebene. Hier irgendwo. Da geht es wieder raus. Okay, okay. Lass mal ein Brot reinschieben. So. Okay, okay. Ich höre schon wieder diese... Ich höre diese Spasten schon wieder. Mh... 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 ok 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 alles gut alles safe alles safe so hier wird immer wohl schon wieder in der Ruhe sein oder auch nicht sieht irgendwie so wieder aus als ob hier irgendwas wäre aber nein nein ist getäuscht hier ist auch nichts ok ganz ruhig bleiben Jungs ich weiß davon geht es auch noch weiter aber erstmal müssen wir hier weiter erkunden nicht dass wir hier gibt es ein Monster in diesem Monument ein Monster was ich nicht kenne ich frage nur für einen Freund ich bin doch nicht nervös ich habe keine Angst nein ich habe keine Angst was habt ihr denn ich habe keine Angst Angst nein da muss eine Truhe ok 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 wo ist er kann ich hier hingehen wenn ich das safe ok gut einen Felder habe ich noch ok gut so aber hier war irgendwo noch eben so ein Kämpfer die muss ich weiß nicht wo er ist shit ey es ist fucking aufregend ich habe ihn ich gebe ihn nicht mehr auf den Sack aber hier ok 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 zielenläufer ich will nicht rum kommen ich will nicht hier drüben war auch immer eine kiste hier oben glaube ich irgendwo kein blödsinn zu machen ok 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 easy mhm das ist so aufregend das ist so fucking aufregend hier ich hoffe wir finden einfach wieder zurück das ist meine allergrößte sorge gerade ich weiß ich weiß ja nicht mal wo ich bin wir müssen aber zurück wir müssen zurück wir sind irgendwie aus der richtung gekommen ich habe kein überblick mehr wo ich war wo ich bin scheiße nicht gut diese nicht gut dies scheiße nicht gut diese die ist nicht gut ok 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 das kenne ich aber nicht naja leute ich würde erstmal sagen wir müssen den wiki raus senden what the bug wilde folge ich bin fassungslos tut mir leid dass ich wirklich nicht so viel geredet habe gerade aber es ist einfach nur krank denn ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge bald wieder und tüdelü wir versuchen in im im in im 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 Vielen Dank.